Was ist das? Hier. Mama, Baby, are you gonna? Das ist Panta. Manta. massive. Was ist das Estehna Hose? ...Baseball. Baseball. phalt. используем. Baseball. Hats earthdi enough Hose baseballs. Baseball. Feese. Feese. Es Ivette. Das war's. Hallo! Das ist alles anderes Frühstück. Ganz unten sind so Bio-Dinkel-Honig-Crispys mit Erdbeeren und Banane. Da kommt jetzt gleich noch laktosefreie Milch rein, weil der Herr ja leicht Laktosentolerant ist. Und dann kommt da ein bisschen Honig drauf. Und das war's. Möchtest du essen? Ja. Ja, okay. Wir sind auf dem Weg in den Zoo. Wir wussten heute nichts mehr los anzufangen und das Wetter ist toll. Und Matsch wollte seine Jeansjacke rausnehmen. Und ja, weil wir zwei Minuten vor dem Zoo wohnen. Komm her, Jacke anziehen! Dachten wir uns, dass wir in den Zoo gehen. Sag mal Hallo, Ziege! Hallo, Ziege! 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 Sieht dich? Sag mal Hallo! Hallo! Hier, hier, hier! Da! 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 Er ist eine Giraffe! Zulassung. Aua Mama! Wo warst du aua? Ach! Warst du ein Brennzeln? Ja! Ich werde wohnen. Fahr weiter, komm! Qua no, ok? Alessandro Te l'ho detto, Gia Te l'ho detto, Gia Hai detto Alessandro? Eh Aber am Anfang macht er seine Beine so breit, als ob er es richtig machen würde Filme Sieht unappetitig aus, schmeckt aber brutal Ähm, Mozzarella mit ähm Falsam Ja, und äh, Reis Silberausländer Dennis und ich kochen zusammen Und ähm Essen wir jetzt gleich Alessandro guckt gerade Ähm, auf dem Laptop LazyTown Der fährt irgendwie momentan voll drauf ab Schatz! Fährt irgendwie momentan voll auf LazyTown ab Das ist unglaublich Und äh, jo Wir essen jetzt gleich Mami Das Baby ist im Bett Der Mann sollte eigentlich den Abwasch machen Und ähm Ja, wir essen jetzt Eis Los LazyTown Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020